Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Webinar, zu einem neuen Projekt, das wir bei Stiftung Lesen starten. In der letzten Woche haben alle hessischen Kitas das schöne Vorlesezaubermaterial bekommen. Und in dem Kontext wollen wir Sie heute mit dem Webinar in neue zauberhafte Lesewelten entführen. Und wir, das ist meine Kollegin Christine Kranz, ich bin Sabine Bonewitz und das Projekt ermöglicht der Giro- und Sparkassenverband in Hessen-Thüringen. Dank deren Unterstützung können wir allen hessischen Kitas dieses schöne Material zur Verfügung stellen. Ja, und wir hoffen, dass wir Sie in zauberhafte, kurzweilige Webinarstunden jetzt irgendwie mit entführen können. Und damit Sie mal sehen, um was es geht, zeigen wir mal kurz, was Sie in den nächsten 45 Minuten erwartet. Also als erstes wird Christine Basics zum Vorlesen an sich vorstellen. Viele kennen Sie vielleicht schon, aber das hilft immer in der Vorbereitung, wenn man sich einfach noch mal in den Kopf ruft, um was geht es denn hier eigentlich, was machen wir. Genau. Dann wollen wir Ihnen ein paar Tipps und Anregungen geben zur Gestaltung von kreativen Vorleseaktionen, Vorlesestunden. Zauberhaften Vorlesestunden. Zauberhaften Vorlesestunden. Und ganz am Ende oder zwischendrin gibt es auch eine Menge an Büchern zu sehen, an wunderbaren neuen Geschichten, die wir für Sie dabei haben. Und wir stellen Ihnen natürlich die Projektmaterialien vom Vorlesezauber vor und ein paar weitere Aktionsideen, was Sie so machen können. Zwischendrin gibt es wie immer zwei Fragerunden, in denen Sie Ihre wichtigsten Dinge loswerden können, die Sie wissen wollen, wenn Sie Rückfragen haben. Sie können die ganze Zeit auch schon während dem Webinar Fragen per E-Mail reingeben, in unseren Chat. Freuen sich unsere Kolleginnen Simone Schnell und Melanie Wirtz auf das, was von Ihnen vielleicht kommt, beantworten die. Ja, und das Wichtigste beantworten wir hier dann live sozusagen in der Runde. Genau. Dann legen wir doch direkt mal los. Ich übergebe an Christine, die erst mal was zu den Vorlesebasics sagt. Ja, ist mir immer fast ein bisschen peinlich, weil ich denke, die Kita-Fachkräfte, die wissen das, ja. Aber wie du gesagt hast, noch mal strukturiert so ein bisschen kennenzulernen, wie lese ich jetzt so vor, dass die Kinder auch zuhören und mir folgen und eventuell auch ein bisschen schwierige Situationen etwas leichter zu händeln sind. Und da gibt es so ein paar Rahmenbedingungen, die oft wichtiger sind als das Buch im Prinzip. Wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, dann kann man ein zauberhaftes Buch haben, aber es wird keine zauberhafte Stimmung entstehen. Das heißt, zum Beispiel eine feste Zeit zu wählen, zu der vorgelesen wird, die man auch zu einem Ritual werden lässt, weil Ritual ist ein ganz wichtiges Stichwort. Das heißt, die Kinder sind gewohnt, um die und die Zeit oder an dem und dem Tag ist Vorlesezeit. Die Häufigkeit, eigentlich natürlich so häufig wie möglich, aber wenn das nicht möglich ist, wenigstens an einem festen Tag und readymäßig, mit einem festen Ablauf, dass die Kinder sich daran gewöhnen. Rituale sind ja für die Kinder sowieso eine ganz wichtige Orientierung. Eine Struktur, an der sie sich halten können. Dann aber auch so ganz banale Dinge wie Sitzgelegenheiten, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn es welche gibt, ist das besser, als wenn die Kinder einfach auf dem Boden sitzen, weil ansonsten rangeln die und kämpfen um die besten Plätze und feste Sitzgelegenheiten sind auf jeden Fall ein Vorteil. Also besser als so eine Kissenlandschaft? Ja, weißt du, was man mit Kissen gut machen kann? Kissenschlacht. Richtig. Ja, also das würde ich nicht unbedingt empfehlen. Es sei denn unattraktive, feste Sitzkissen, die man nicht gut schmeißen kann. Aha, okay. Das ginge. Das ist nicht zu gemütlich. Nicht zu gemütlich, weil sonst wird eben so ein bisschen rumgeflätzt und so, das bringt es auch nicht. Der Raum sollte hauptsächlich ruhig sein. Also zum Beispiel in einem Raum vorzulesen, in dem all die Dinge aufgehoben werden, wo die Kinder normalerweise nicht dran dürfen, ist nicht ratsam. Weil das lenkt dann natürlich ganz extrem ab. Ich bin gleich mal neugierig, was ist denn da im Bereich, was ich noch nicht gesehen habe. Also am besten ist zum Beispiel, die Kinder gucken gegen Gewand, so schlimm das klingt. Aber die sollen sich ja schließlich auf das konzentrieren, was vorgelesen wird. Und alles, was ablenkt und Kinder lassen sich leicht ablenken, das lenkt auch von der Geschichte ab. Die Dauer nicht zu lang. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Also die Kinder können sich heute oft nicht sehr lange konzentrieren. Vor allen Dingen die Kinder, die selten vorgelesen bekommen oder die das auch vielleicht von zu Hause nicht kennen. Man sieht sofort den Unterschied, wenn man eine Gruppe hat, sind das Kinder, die kennen das oder sind das Kinder, für die ist das neu. Und die, für die das neu ist, die stehen auch schon mal nach zwei Minuten auf und sagen, boah, ey, langweilig, hab ich keine Lust mehr. Ja, richtig. Also kurz und immer mit Unterbrechungen, mit kleinen, mit Gegenständen begleiten. Wir werden ja ganz viel zeigen, damit man eben eine Stimmung erzeugt, wo die Kinder nicht abschalten. Ja, wir sagen ja, also Stiftung Lesen gibt ja sozusagen auch immer die Empfehlung, am schönsten ist es, wenn man wirklich jeden Tag 15 Minuten Zeit findet. Das ist das Optimum. In der Kita ist da vielleicht tatsächlich ein bisschen Raum, dass man das vielleicht nicht jeden Tag, aber schon irgendwie regelmäßig macht. Und ansonsten könnte man sich ja auch ehrenamtliche Vorleserinnen und Vorleser antworten, was wir ja immer sehr gut hören. Oder die Eltern. Oder die als ehrenamtliche Vorleserinnen. Ja, natürlich. Okay. Dann, wie ganz wichtig ist doch bestimmt Planung und sowas. Planung, ja, das klingt jetzt so, als ob, oh Gott, ich mache einen Masterplan für meine Vorlesestunde, so natürlich nicht. Aber spontan nach einem Buch zu greifen, das kommt zwar oft vor, aber wenn man wirklich schön vorlesen will, dann sollte man sich vielleicht auch vorher mit dem Buch ein bisschen beschäftigt haben. Also gucken, wo sind die spannenden Stellen, wo mache ich eine dramatische Pause, wo lasse ich die Kinder länger das Bild betrachten. Und ganz wichtig bei der Textauswahl ist auch, eventuell zu kürzen. Weil viele schöne Bilderbücher sind für manche Kinder effektiv zu lang. Und da kann man einfach kürzen, indem man einen Teil erzählt zu den Bildern. Das hat man ja mit den Bilderbüchern, hat man ja die Möglichkeit. Und dann eben das für die Kinder passgenau so macht. Also eine Checkliste zur Vorbereitung meiner Vorlesestunde ist gar nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt. Ich mache die nicht schriftlich, ich mache die im Kopf. Aber ich habe mir vorher natürlich das Buch ein bisschen angeguckt. Wenn ich einen Anspruch habe, dass es nachher auch wirklich schön werden soll. Wichtig ist aber wahrscheinlich auch, dass man von der Checkliste, wenn es nötig ist, einfach auch abweicht. Also man sollte sich nicht sklavisch an dem Plan halten. Man muss auch mal offen sein und vielleicht improvisieren und schnell was anderes. Richtig. Man macht Konzepte, um sie dann umzuwerfen. Thema Motto ist auch sehr wichtig. Das heißt, wenn man eine schöne, runde, nachhaltige Vorlesestunde machen will, wählt man sich ein Motto. Also zum Beispiel ein bestimmtes Tier, was im Vordergrund steht und zu dem man nach der Geschichte vielleicht mal in einem schönen Tiersachbuch was nachguckt. Oder eine Geschichte, zu der man passende Gegenstände mitbringt. Das heißt, wenn man verschiedene Sinne anspricht in der Vorlesestunde, wird das auch stärker abgespeichert bei den Kindern. Auch bei Kindern, die vielleicht mit Geschichten noch nicht so viel anfangen können, die merken sich vielleicht die anderen Dinge. Also insofern ein Motto. Alles passend zu einem Motto. Wir machen ja viele Beispiele. Macht auch Spaß. Dann haben wir noch die Anschluss. Also der Begleitaktion, das trifft da rein. Das heißt also, was Magisches vielleicht. Ich weiß nicht, was wir heute so alles sagen. Ja, wer weiß, was passiert. Genau, was Magisches zu Beginn, was Magisches begleitend oder auch zum Schluss und schon mal vorab. Jedes Buch kann magisch sein, wenn man es magisch vorlesen. Ja, und jede Geschichte, da steckt einfach ganz viel drin. Genau. Dann, ganz wichtig ist immer, haben viele Kita-Fachkräfte gehört, hören wir überall, ist einfach ein wichtiges Thema Vorlesetechniken. Ja. Was können wir denn damit auf den Weg gehen? Das klingt immer so, auch so, ja, technisch. Ja. So ist es gar nicht gemeint. Sondern im Prinzip ist das Allerwichtigste, dass man sich immer wieder vor Augen ruft. Vorlesen ist etwas, was ich mit den Kindern gemeinsam mache. Das heißt, ich trage nichts vor und alle lauschen gebannt, hängen an meinen Lippen, sind ganz ruhig. Und wenn jemand mal sich traut, was zu sagen, sage ich, pscht, so nicht. Sondern man macht es eben in Interaktion mit den Kindern. Man spricht sie an, man fragt sie was. Man lässt sich von den Kindern was erklären, was übrigens ganz wunderbar bei diesen magischen Sachen passiert, weil Kinder sich oft magische Sachen viel besser vorstellen können. Ja. Als Erwachsener. Da kommen wir ja noch drauf. Da kommen wir noch drauf. Also dialogisch auf jeden Fall. Dann lebendig. Und da immer mein Tipp, auch wenn Sie das Buch zum hundertsten Mal vorlesen, dann dürfen Sie es trotzdem nicht runterleiern. Sondern man muss es dann auch für die Kinder so vorlesen, als ob es einem noch genau den gleichen Spaß macht. Und glücklicherweise gibt es ja Bücher, bei denen macht es einem auch nach dem 50. Mal immer noch Spaß. Ist nach wie vor vergnüglich und ist ja auch so, wenn ich auch als Erwachsener folge, ich ja auch was Authentischem, was Lebendig vorgetragenem viel lieber und aufmerksamer als was, was irgendwie so abgearbeitet und dann doch vielleicht schneller vorgetragen wird. Absolut und wichtig eben auch authentisch. Das heißt, du liest anders als ich. Das heißt, jemand, der sehr ruhig ist, der liest wahrscheinlich nicht aufgekratzt vor. So wie, ich glaube, wir sind uns da relativ ähnlich. Wir sind eher so der hibbelige Typ. Aber mein Mann würde anders vorlesen als ich. Und er liest auch schön vor. Das ist nicht falsch, sondern jeder liest so vor, wie er ist. Dann, da sind wir bei jetzt genau die Richtigen, um das absolut langsam, ganz langsam. Wir haben aber hier eine zeitliche Begrenzung. Insofern haben wir auch eine Entschuldigung. Wir machen nicht zu langsam. Wir machen nicht zu langsam. Laut. Also viele, die ich sehe, die Nuscheln dann so ein bisschen, dann guckst du irgendwann raus und dann sind die Kinder weg. Also so nicht, sondern laut und deutlich. Ist übrigens auch was, was die Kinder sich abgucken sollen. Dass man zum Beispiel deutlich artikuliert. Viele Kinder nuscheln, verschlucken Buchstaben oder Anlaute. Das kann man sehr schön trainieren, wenn man selber schön und deutlich vorliest. Und sicherlich wichtig ist ja einfach auch der Blickkontakt. Dass ich wirklich schaue, was geht unter meinen Zuhörern und Zuhörerinnen, deinen Kleinen einfach ab. Genau, was geht da ab? Auf was muss ich eventuell auch reagieren? Da kommen wir glaube ich nachher nochmal drauf. Ja, eigentlich war es das schon bei den, ja so viel ist es nicht. Die Pausen, ja das ist ja, sagen wir ja immer, was Frauen nicht so gut könnten. Also wir auf jeden Fall nicht. Aber Pausen sind wichtig, weil Pausen erzeugen Spannung. In Pausen, wo man mal nicht redet, huch, jetzt los, hat man viel mehr die Aufmerksamkeit, als wenn so ein Klangbrei entsteht. Na oh, ist das schön. Und eins plätschert nach dem anderen. Also schön dramatische Pausen, machen Pausen zum Lachen, Pausen zum Gruseln, Pausen zum Staunen, vor allen Dingen beim magischen Thema. Zum Fragen. Zum Fragen, genau. Blickkontakt herstellen, immer wieder merken, wenn ein Kind aussteigt, das Kind eben wieder reinziehen, indem man es etwas fragt. Und Mimik und Gestik hängt ein bisschen zusammen mit authentisch. Ich mache viel, das heißt ich bin so der Fuchtler, das heißt ich mache ganz viel mit den Händen, ich spiele auch immer ein bisschen. Das liegt nicht jedem, aber ein bisschen Mimik muss schon sein. Also unbewegt sollte das Gesicht nicht sein. Ist dann auch wieder ein bisschen mit dem lebendig authentisch zusammen, aber ich glaube die gute Mischung ist einfach. Die Mischung macht es und die Dosis muss zu einem passen. Was mache ich denn jetzt, wenn ich so eine Truppe habe, wo dann doch irgendwie Unruhe entsteht und die irgendwie ganz schwer sich konzentrieren können. Hast du da noch einen Tipp? Absolut, also ich überlege mir erst mal, liegt es an mir und meistens liegt es an mir. Das heißt, ich habe vielleicht ein Buch genommen, was zu lange Textpassagen hat. Ich lese zu lange am Stück vor, das heißt ich unterbreche öfter, kürze eventuell spontan den Text und erzähle lieber, weil Erzählen ist immer nahbarer als Vorlesen. Bei Vorlesen schläft man eher ein als beim Erzählen. Und frage die Kinder, die ganz deutlich zu sehen ausgestiegen sind, die frage ich was und beziehe sie mit ein und lobe sie für was, was sie entdecken im Bild und dann klappt das normalerweise. Was mir jetzt da sehr gut gefällt, dass du sagst, du guckst erst mal bei dir als Vorlesende, was habe ich vielleicht hier in dem Setting nicht so ganz richtig gemacht. Das ist zumindest für die Zielgruppe, die ich da jetzt habe, nicht genau passt und nicht den Fehler suchen bei denen, die vielleicht unruhig sind und sagen so ab, du gehst jetzt mal raus, weil du hörst hier nicht zu. Also nach 30 Jahren Beobachtung von Vorlesesituationen würde ich sagen, es liegt in 80 Prozent an dem, der vorliest. Ja, dann ist ein Punkt, wo wir auch später nochmal drauf kommen, diese Geschichten, die Märchen, was auch immer in den Vorlesestunden passiert, sind natürlich immer auch ein Ausgangspunkt für tolle kreative Momente, die man dann weiterführen kann und weiterspinnen kann. Da haben wir im Laufe des Webinars kommen wir nochmal zu ein paar Vorstellungen dazu, was das so sein kann. Ich finde hier so schön, dass man sieht, wie ordentlich das mit Plastikfolie abgedeckt ist. Ich glaube, auf meinen sämtlichen Tischen haben meine Kinder Bastelspuren hinterlassen. Drauf gemalt, ja, alles. Also sehr schön, aber sehr vorbildlich. Ich glaube nur, es wird nicht immer so aussehen. Es wird nicht immer so aussehen oder ist es jemand, der sehr geübt ist damit und weiß, wie es danach aussieht. Wahrscheinlich. Also da muss man auch ein bisschen großzügig sein, wo gebastelt wird. Fallen Späne. Fallen auch mal Späne, da liegt auch mal was rum. Ja, dann aber Vorlesen ist ja noch viel, viel mehr. Genau. Das Vorlesen ist eigentlich der Impuls. Eigentlich ist das Vorlesen nur der Startschuss. Und dann, was passiert dann? Dann setzt man einen Prozess in Gang, Interaktion in Gang, Kommunikation in Gang mit den Kindern. Und dann überlegt man, was passt jetzt zu mir? Und da muss ich mal an mich denken, weil ich zum Beispiel nicht gerne bastle. Ich glaube, das dürfte inzwischen allgemein bekannt sein. Christine hasst basteln. Ich dachte, du liebst mich. Ich hasse basteln. Aber ich singe zum Beispiel sehr gerne. Ich erzähle gerne, weil ich ja nur Jungs habe. Ich betrachte sehr gerne Sachbücher und ich spiele auch gerne nach. Also ich bin eigentlich, finde ich, ganz gut besetzter, nur mit Malen und Basteln. Du bastelst ganz gerne, ne? Ich bastel, ja, ich mag eigentlich alles gerne, muss ich sagen. Also ich finde, kann mich in vielen Dingen wiederfinden. Ich mag auch das szenische Spiel gerne. Ja, das macht ja auch total Spaß. Das macht total Spaß. Also da gibt es eine Menge Bausteine. Bausteine, also erzählen, singen, szenisches Spiel, Sachbücher malen, basteln, spielen und bewegen. Sie sehen ja hier die Zacken und sie überlegen einfach, was passt zu mir? Denn das, was zu mir passt, was ich mit Überzeugung präsentiere, das macht normalerweise auch meinen Zuhörern am meisten Spaß. Und wenn ich mich jetzt zwinge zu basteln, dann wird das nichts. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe meine Bastelfehen, die das für mich machen, da bin ich immer sehr dankbar. Und dafür kann ich schallend singen, ist auch was wert. Ja, dann ist, und noch dazu, wenn man in der Kita ist, im Kita-Team, gibt es auch unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Stärken. Genau. Und da können sich bestimmt die Kollegen gemeinsam einbringen. Richtig. Und dann kann man mal schauen, der eine macht das, die andere kann das. Genau. Ja, und wir haben heute nicht nur die Inhalte aus dem aktuellen Materialpaket, was die hessischen Kitas haben, was wir Ihnen vertieft vorstellen, sondern wir haben noch eine Menge andere spannende Bücher mitgebracht. Aktuell, da sehen Sie mal, was der Reigen herbietet. Und da werden wir nachher im Einzelnen ein bisschen drauf eingehen und Ihnen vorstellen, was in den Büchern so an Schätzen, an magischen Dingen irgendwie drinsteckt. Und das wäre jetzt quasi auch schon der Moment, wo Platz ist für die erste Frage. Und da haben wir auch eine. Wird es die Bücher auch in anderen Bundesländern geben? Also die Bücher, die wir hier vorstellen, die auch in dem Material sind, was in Hessen in den Kitas ausgeteilt wird, die gibt es im Buchhandel und die gibt es in Bibliotheken. Also die kann man sich überall dort, wo Bücher verkauft werden oder wo Bücher ausgeliehen werden, dann eigentlich auch besorgen. Von daher sollte das kein Problem sein. An der Stelle vielleicht nochmal erwähnt, das Material, was wir jetzt erstellt haben, ist tatsächlich was, was an die Kitas in Hessen geht, was andere Kitas bundesweit jetzt erstmal nicht bekommen können. Aber wir werden einzelne Materialteile als PDFs online stellen. Da kann man dann die Broschüre oder auch das Plakat und Kopiervorlagen, die dazugehören, kann man schon auch mit den Sachen was anfangen. Ja, gibt es noch eine Frage? Ich glaube, das war jetzt einer. Hier gibt es noch eine. Gibt es die PowerPoint-Präsentation auch zum Runterladen? Nein, die Präsentation selber nicht, aber wir werden im Anschluss an heute das Webinar online stellen in ein paar Tagen. Und dann kann man sich das einfach nochmal anschauen und da sieht man dann ja auch alles, was irgendwie da ist. Viele Tipps zum Vorlesen finden Sie auch auf der Seite des Netzwerks Vorlesen, wo zum Beispiel alle Vorlesetipps zur Technik und was ich eben gerade alles erzählt habe, auch tatsächlich immer zu finden ist im Netz. Genau, wir sind immer da. Und dann haben wir noch, oh, dann kommt eine ganz lange Frage. Mit altersgemischten Gruppen, sowohl in Stammgruppen, regelmäßiges Angebot. Würden Sie eher altershomogene Gruppen? Ja, weil ich würde also zum Beispiel unterteilen in der Kita die 3- und 4-Jährigen und die 5- und 6-Jährigen, weil definitiv sehr schwierig ist, ein Buch zu finden für 3- und 6-Jährige. Die haben einfach, normalerweise ist es ja schon 3-Jährige unter sich, sind schon sehr unterschiedlich. Und wenn da so eine große Altersspanne ist, wenn das möglich ist, dann teilen Sie es. Ansonsten nehmen Sie ein Buch mit viel Bild und wenig Text und erzählen Sie, dann können Sie sich spontan auf die Fragen oder auch auf die Vorbedingungen der Kinder einstellen. Ja, und auf die unterschiedlichen Kompetenzen, die Sie aufgrund Ihres Alters und Ihrer Entwicklungsstufen ja einfach auch haben. Und da kommen wir später auch zu, für solche Sachen sind die beliebten und bekannten Wimmelbücher zum Beispiel eine tolle Sache. Also wenn man tatsächlich mal eine große Breit hat. Das waren jetzt die ersten drei wichtigsten Fragen. Und dann sind wir so weit, dass ich Ihnen mal nochmal intensiver einen Blick in das schöne Material gebe, was im Moment seit letzter Woche in den hessischen Kitas ist. Also Vorlesezauber, in hessischen Kitas heißt es das Projekt und in dem Paket, was Sie gekriegt haben, ist einmal ein Poster dabei, was nochmal die Materialien insgesamt vorstellt, wo auch zwei Zaubertricks erklärt sind. Weil hier geht es ja um Vorlesezauber. Da dürfen natürlich Zaubertricks nicht fehlen. Die dürfen aber nicht verraten werden. Nein, das ist sehr geheim. Genau. Die werden in der Kita, kann das aufgehängt werden und dann gezeigt werden. Dann gehört dazu eine Broschüre, in der wir auf vier Bücher eingehen, die zum Material gehören und die wir gleich im Folgenden auch nochmal intensiver zeigen. Und wir gehen auf sowas ein wie die Phase des magischen Denkens. Das ist ja eine Phase, die gerade bei den Kindern zwischen drei, vier, fünf eine ganz große Rolle spielt. Weil vieles, was für uns zauberhaft unmöglich wirkt, ist für die Kinder ja einfach real und total vorstellbar. Es wundert sie gar nicht, dass plötzlich was da ist und jetzt wieder was weg ist. Übrigens ist gleich was da. Ist gleich was da, ja. Ja, aber es dauert noch. Ja, also diese Broschüre gibt vertiefte Informationen. Zum Material gehören auch diverse Kopiervorlagen. Zum Beispiel ein Geschichtenwürfel, den man ausschneiden kann. Vorher kann man mit Stempeln und Farbe verschiedene Muster auf den Stempel machen, den man dann bastelt. Dann würfelt man und dann sieht man Symbole. Zeichen, ein Pilz, eine Krone, ein Herz. Und dann kann man mit diesen Symbolen anfangen, mit den Kindern sich Geschichten auszudenken. Oder ganz toll, ich habe das als Kind geliebt. Ich auch. Mal nach Zahlen, das kriege ich nämlich hin. Ja, haben wir auch was dabei, was zum Ausmalen. Ich empfinde den Fehler. Also lauter Sachen, die eigentlich Kinder sehr, sehr gerne machen, gehören mit als Anschauungsmaterial und als Kopiervorlage dazu. Kann man dann vervielfältigen und immer weiter benutzen. Dann gehören natürlich in so eine Zauberkiste irgendwie auch Tücher, auch wenn Zauberer damit vielleicht heute ganz andere Sachen machen. Aber in unserer Vorstellung soll das mit da rein. Und deswegen sind auch drei Zaubertücher in der Kiste. Und wir haben noch als Information für Eltern eine kleine Infokarte. Die haben wir in einer größeren Stückzahl beigelegt, damit auch Eltern wissen, was passiert denn hier eigentlich in der Kita. Nochmal mit ein paar Tipps zum Vorlesen zu Hause. Ja, das ist ein ziemlich schönes Materialpaket. Und jetzt wird es bei uns ein bisschen magisch. Wir haben nämlich Besuch. Wir haben einen Gast. Christoph, wir haben einen Zauberer dabei. Hallo, wir freuen uns, dass du da bist. Und wir räumen jetzt mal das Feld, damit Christoph sie verzaubern kann. Genau. Ja, bis gleich. Sehr schön. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und ich dachte, wir beginnen einfach mal mit einem Kunststück. Das mache ich nicht, um anzugeben, sondern um sie zu beeindrucken. So, das machen wir jetzt. Und um meine Kompetenz zu unterstreichen. Nee, wo haben wir es? Wir brauchen so ein Stück Papier und wir schreiben nichts auf diesmal. So, wir machen das Spannende. Das sollten Sie allerdings nicht mit den Kindern machen. Aber schauen Sie einfach kurz hin. Achtung, eins, zwei. Dann sieht es fast so aus wie echtes Geld. So, ich habe gedacht, ich stelle mal die Sachen vor. Die Tücher sind tatsächlich praktisch. Also, Sie können einige Kunststücke mit Tüchern finden, wenn Sie da sich so ein bisschen viel machen. Aber wir dachten, Zaubern ist ja auch sehr manuell. Und das ist eine schöne Möglichkeit, so etwas zu trainieren. Und das ist jetzt ganz simpel. Ich mache das vor. Ich hoffe, es funktioniert. Können Sie mit den Kindern üben? Und zwar, das einfache Tücher jonglieren sieht so aus. Und tatsächlich müssen Zauberer so etwas auch können. Wenn Sie es schwerer machen wollen, also wenn die Kids es dann schon können, dann machen Sie einen Knoten rein. Und dann fliegen die ein bisschen schneller. Und ja, das ist im Prinzip so das Erste, was Sie mit den Tüchern machen können. Die sind also nicht umsonst. Jonglieren üben ist super wichtig. Das macht Ihnen Spaß und hilft beim Zaubern. Wir kommen zu dem Kunststück, was Sie auch in der Broschüre finden. Was wir ausgesucht haben, was wir dachten, was ganz toll für die Kids sein könnte. Genau, wir bräuchten ein kurzes Wasser. Genau, perfekt. Und eine Tasse. Also was Sie dafür brauchen, ist im Prinzip so ein bisschen Wasser. Kann man auch gut trinken. Eine Tasse. Und jetzt kommt das Kunststück. Achtung. An der Stelle müssten Sie dann einen Zauberspruch sagen. Sie können sich einen ausdenken. Die Kinder können sich einen ausdenken. Wir nehmen heute mal den Klassiker. Achtung. Abracadabra. Und mit ein bisschen Glück kann man es schon hören. Es passt jetzt so ein bisschen zur Jahreszeit. Hier ist es auch ziemlich heiß im Studio. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Kunststück. Das ist alles in der Broschüre erklärt. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Zauber. Danke. Kommt ihr beiden wieder? Wir kommen wieder. Genau, super. Wir übernehmen wieder. Super, klasse. Wunderbar, vielen Dank. Und ich gehe. Tschüss. Tschüss. Ciao, vielen Dank. Also das war ein kleiner Ausflug in die Welt der Zauberkunststücke. Und dieser Trick mit den Eiswürfeln, mit dem Wasser ist tatsächlich einer, der in der Broschüre dann erklärt ist. Ist auch auf dem Poster mit drauf. Und in der Broschüre sind noch drei andere, die Sie dann wirklich mit den Kindern, mit den Größeren, mit den ganz Kleinen wird das schwieriger, aber mit den Größeren einfach mal in der Kita ausprobieren können und üben können und nicht entmutigen lassen. Beim Zaubern braucht man ein bisschen Geduld. Auch das ist was, was in der Broschüre zur Sprache kommt. Immer noch mit so ein paar Tipps. Einfach üben gehört auch dazu und man muss da dranbleiben. Aber dann klappt das. Dann kommen wir jetzt zu den Büchern, die in dem Paket dabei waren. Eines von den Büchern, das mit ausgeliefert wurde, sind lustige Hexengeschichten. Das ist ein ganz schöner Sammelband, wunderbar geeignet für Kinder ab vier Jahren. Es sind verschiedene, nicht zu lange Geschichten. Nein, wunderbar von der Länge. Das ist eigentlich von der Länge wirklich ideal und zu allen möglichen Sachen. Da kommt ein Baumtroll drin vor. Eine Brillenhexe. Eine Brillenhexe taucht auf. Es gibt einen riesen Skrobolo, der plötzlich da ist. Und ein kleines Baby, was schreit dazu bringt, dass es sich beruhigt. Also keine unheimlichen Geschichten. Nein, keine unheimlichen Geschichten. Sehr lustige Geschichten. Und sehr liebevolle, die immer auch irgendwie ein schönes Ende haben und noch eine kleine Botschaft immer mitgeben. Und mit hübschen Bildern. Ja, also ein sehr schönes Buch. Das können wir nur empfehlen. Ist wunderbar zum Vorlesen. Dann hast du noch was mitgebracht. Das magische Denken kann man natürlich auch bei den Kindern wunderbar beflügeln, indem man bestimmte Dinge hinstellt und die Kinder raten lässt, was könnten diese Dinge miteinander zu tun haben. Jetzt ist mir gerade meine, Frau Sabine, das ist nicht von dir. Ja, ich werde dich ja gleich fragen. Ich lege jetzt hier drei Sachen auf meinen roten Faden der Geschichte. Und du darfst jetzt mal raten, ich gebe dir immerhin den Tipp, es ist ein Märchen. Aha, es ist ein Märchen. Also das müsste eigentlich der Ultimative hinweisen. Ich habe eine Ahnung, also Schlüssel, Schlüssel braucht man für Schlösser, für Schatztruhen oder sowas. Das ist wahrscheinlich was im Schatz. Und das da, also das gibt es eigentlich nur ein, wenn du sagst auch noch Märchen, eine Wunderlampe. Ja. Und dann wäre ich bei Aladin und die Wunderlampe. Genau. Und die Kinder glauben mir übrigens, wenn ich dann erzähle, dass bis letzte Woche auch noch ein Stopfen drin war. Aber leider habe ich ihn verloren, deswegen ist auch der Geist nicht mehr. Ah, der Flaschengeist ist rausgelegt. Ja, leider, leider. Aber man kann also sehr schön den roten Faden der Geschichte hinlegen, ein paar Sachen drauflegen, die Kinder Vermutungen äußern lassen und dann kommen manchmal fantastische Geschichten zustande, die viel schöner sind als die, die sie vorlesen wollen. Lassen Sie das zu. Ja, ist doch toll. Und Fantasie ist natürlich immer die allerschönste Geschichte. Ja, und vor allen Dingen auch grenzenlos. Ja, wunderbar. Ja, und Fantasie ist das Stichwort für das nächste Buch, was zu dem Vorlesezaubermaterial gehört. Das ist nämlich Anton kann zaubern. Ich weiß nicht, ob Sie Anton schon kennen von Ole Königke. Er ist natürlich ein Meister. Man muss Anton kennen. Ja, und das ist ein ganz wunderbares, ganz liebevolles Buch. Anton ist nämlich fest davon überzeugt, dass er zaubern kann. Deswegen hat er ja auch so einen riesigen Zauberhut auf. Und als erstes sagt er mal, ich zauber, ich will was wegzaubern. Ich zauber jetzt mal da den Baum weg. Er versucht es, guckt hin, guckt weg. Aber da war, nein, der Baum ist immer noch da. Kann ich etwa doch nicht zaubern? Vielleicht ist der Baum einfach nur zu groß. Vielleicht suche ich mir was Kleineres. Und kleiner, das sieht man ja, hier sitzt der Vogel. Also versuche ich doch mal, den Vogel wegzuzaubern. Aber da war, der zaubert, guckt hin. Und zack, in der Zwischenzeit ist natürlich der kleine Vogel weggeflogen. Und tatsächlich, der Vogel ist weg. Ich kann zaubern. Ich kann zaubern. Und sofort hier, Phase des magischen Denken. Er stellt überhaupt nicht in Frage, dass er das nicht gemacht haben könnte. Dann kommt sein Freund Lukas vorbei und er sagt, ich kann zaubern. Der Lukas sagt, das glaube ich dir aber mal gar nicht. Kannst du nicht? Sagt er, doch, das kann ich. Wirst du sehen. Und er sagt, ich kann dich wegzaubern. Er setzt seinen Hut wieder auf, Augen zu, zaubert. In der Zwischenzeit ist es dem Lukas zu langweilig geworden. Er geht weg. Hut hoch. Anton guckt hin. Lukas ist weg. Oh mein Gott, ich habe Lukas weggezaubert. Erst freut er sich. Und danach denkt er sich, nein, er soll aber nicht weg sein. Er soll da sein. Und er versucht ihn unbedingt wieder her zu zaubern. Das gelingt nicht gleich, aber ganz am Ende schafft er es dann doch. Zusammen mit den Freunden sind alle wieder da. Eine ganz wunderbare Geschichte, die dann doch irgendwie zeigt, letztlich können Kinder und Geschichten irgendwie doch zaubern. Und mit wenig Text. Das erklärt sich auch komplett aus den Bildern. Ist also auch definitiv für Kinder geeignet, die vielleicht nicht so gute Sprachkenntnisse haben. Weil sich das komplett über die Bilder und man könnte es auch erzählen. Ja, und auch für die Jüngeren. Also wirklich gerade so für die Dreijährigen kann man da wunderschön mit reinfinden. Dann kommen wir jetzt mal zu unseren kreativen Ideen. Da bin ich raus. Nein, 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 du bastel doch leidenschaftlich gern. Ja, ich bastel leidenschaftlich gern. Also ich zeige mal, was so mein Niveau des Bastels wäre. Also die sogenannte Klatschtechnik. Ich nehme also einen roten Kreis, male drei Punkte drauf mit Wasserfarbe, klappe das zusammen. Huch, ich kann zaubern, ich habe sechs. Super. Das kriege ich hin. So, und jetzt bin ich aber raus, weil jetzt kommt die ganz schwere Nummer. Also komm, das kriegst du auch noch hin. Man braucht einfach nur eine Klopapierrolle, bisschen buntes Papier, gelb am besten, mit einem schwarzen Stift, schwarze Striche, Butterbrotpapier, ein paar Flügelchen gemacht und schon hat man eine Biene. Und es gibt ja so viele Bienenbücher aktuell. Deswegen habe ich diese Bastelarbeit genommen, weil nehmen Sie Bienenbücher. Es ist wichtig, Bienen sind gefährdet. Man sollte schon mit den Kleinen über Bienen reden und ihre Bedeutung. Und da gehört diese Bastelei an jedes Fenster. Und es gibt einfach ganz tolle Bücher zu dem Thema. Und was eines meiner Lieblingsbastelstücke ist, ist schon ein bisschen mitgenommen. Müsste man mal neu machen. Auch da kann man mit einer Klopapierrolle, hier sieht man es, von unten irgendwie, und einem Kaffeefilter ganz schnell eine wunderbare Eule basteln, zwei Augen noch drauf, Schnabel dran geklebt und schon hat man mehr eine Eule. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt und einfach loslegen. Mit der Hilfe eines Vierjährigen würde ich das auch hinkriegen. Ja, also da bin ich mir ganz sicher, das würde klappen. Und Sie sehen, da gibt es die Bilder, Bücher, die Geschichten bieten so viele Dinge, von denen man ausgehend ganz schnell einfach mal überlegen kann, was kann ich umsetzen. Also zum Beispiel jetzt mit dieser Technik den kleinen Vogel aus dem Antunbuch zu basteln, wäre auch überhaupt kein Problem. Wäre kein Problem. Dann könnte man den passenden Vogel zur Geschichte basteln. Genau, dann wird der Kaffeefilter anders präpariert und zack, schon hat man den Vogel, den man dafür braucht. Ja, und jetzt kommt was, was mir persönlich sehr wichtig ist, weil ich mit meinen Kindern ganz viel Gereimtes gelesen habe und alle Kinder eigentlich Reime mögen. Wir testen jetzt mal deine phonologische Bewusstheit. Klingt wahnsinnig, heißt einfach nur, kapierst du, was ein Reim ist. Gucken wir mal. Ich hoffe. Hase, Fuchs und Reh fahren mit dem LKW. Ja, na, das war jetzt ganz einfach. Dann kriegst du noch eine. Luchs und Wal und Krokodil reisen mit dem... Wohnmobil. Hey! Also, du hast bestanden. Ich habe... Oh, da bin ich aber jetzt froh. Das ist so süß und vor allen Dingen für kleine Fahrzeug- und Tierfans. Es ist ein grandioses Buch und bitte niemals den Endreim sagen. Deswegen steht der Endreim immer auf der nächsten Seite, damit man die Kinder das ergänzen lässt. Es ist einfach total vorgängig. Was war das? Eule, Frosch und Kuh paddeln im Kanu. Ja, also ich hätte es auch alleine hingekriegt, aber ich habe auch als Kind schon ganz, ganz viele Reime gehört. Das schult. Super. Gut, das nächste Buch wäre auch ein paar Bilderbuch. Und bei den Kleinen ist neben dem Reim auch wichtig der Refrain. Also hier geht es um lauter Tiere, die sind furchtbar müde und liegen im Bett und dann muss immer einer noch raus. Ich muss noch aufs Klo, ruft er. Also hier. Die Robbe. Die Robbe. Und robbt aus dem Bett. Pitsch, Patsch, Pitsch, Patsch. Tür auf, Tür zu. Und jetzt geht immer ein Tier nach dem anderen. Ich muss noch Zähne putzen, ruft das Krokodil und kriecht aus dem Bett. Schlurf, schlurf, schlurf. Tür auf, Tür zu. Genau. Das ist der Refrain, den die Kinder auch sofort rufen. Und dann eben mitsprechen. Ganz goldige Geschichte. Kein Spannungsbogen, weil das für viele Kinder noch zu schwierig ist, sondern einfach so eine kleine Kettengeschichte, Reihengeschichte mit Mitmachpotenzial. Und von wem war das nochmal? Susanne Strasser. Susanne Strasser aus dem Peterhammer Verlag. Ich liebe das Buch. Super. Wunderbar. Und dann kommen wir zu einem nächsten Buch, das auch zum Materialpaket gehört. Und wir hatten vorhin ja schon mal kurz das Thema Wimmelbücher angesprochen. Das finde ich ist ein ganz gelungenes Wimmelbuch. Sehr schön. Und zwar die berühmte Conny, die ja ganz viele kennen, geht mit ihrem kleinen Bruder und ihren Eltern in einen Märchenpark. Und das ist irgendwie das Spannende. Zum Beispiel Vorlesepatinnen sind da manchmal ein bisschen unsicher, dass man auch einen kleinen Vorlesepatinnen auch, Entschuldigung, ich gender immer nicht. Und dann hat man aber auch noch Suchaufträge, das heißt, man kann den Kindern sagen, guck mal, wo ist denn die Maske oder wo ist denn Jakobs Mama? Das heißt, man wird ein bisschen durch das Buch geleitet für Leute, die vielleicht noch keine Übung haben, aber auch weil Kinder das so gerne machen. Die suchen sehr gerne nach Details in Illustrationen. Ja, meine Erfahrung ist auch, also die Kinder sind in der Regel immer besser und haben viel schneller solche Sachen gefunden als ich. Ich gucke dann ewig drauf und denke, ich sehe die gar nicht. Das ist wie Memories spielen mit Kindern. Ja, können die irgendwie auch besser. Ja, ja, das ist so. Also das ist ein ganz schönes Buch. Und zu den Büchern, die zum Material gehören, sind in der Broschüre auch immer noch mal Informationen zum Thema an sich, was so ein Wimmelbuch eigentlich leistet und bieten kann, was Leitfragen sein können. Was siehst du, wer macht da was, was ist da los? Man kann Märchen nachspielen, man kann auch, das sind die Grimmsmärchen, um die es hier geht, kann zum Beispiel auch gucken mit den Kindern, welche Märchen kennt ihr, welche Figuren kennt ihr, welches kennt ihr vielleicht nicht. Also es ist eine ganz schöne Sache und diese Sachen werden in der Broschüre auch mit aufgegriffen. Auch so was Simples wie, es ist ja pure Wortschatzarbeit. Man zeigt auch was, man lernt den Begriff und man geht mindestens mit fünf neuen Vokabeln aus der Vorlesestufe raus. Nach Hause, ne? Und jetzt stellt Christine wieder zwei Bücher vor, die nicht zum Set gehören, die aber trotzdem wunderbar auch zum Thema passen. Ich bin ganz sicher, Sie haben auch schon Wimmelbücher in der Einrichtung, weil ich habe noch nie erlebt, dass eine Einrichtung keine Wimmelbücher hatte. Sehr angesagt sind im Moment die Wimmelbücher, wo man hinten alle Figuren hat, die man, das wird gar nicht dazu aufgefordert, aber die sind auf jeder Seite drauf. Und dann ist das chronologisch, das heißt, das Schiff fährt ab, das Schiff macht eine Tour, das heißt, man kann dieser Flussfahrt folgen und auch immer die ganzen Personen suchen, was machen die da gerade. Sehr gut hier für die Sprachförderung ist auch, dass man nicht nur Nomen benutzt, sondern eben auch Tätigkeitswörter. Was macht der da? Er springt, er hüpft, er schwimmt, er fällt ins Wasser. Der Hund welt. Die Tomaten purzeln runter. Wunderbares Sprachförderbuch, wunderschöne Illustrationen. Und ein bisschen spielerischer geht es auch noch, und zwar mit einem meiner Lieblingsbücher, was es endlich auch wieder gibt. Und zwar heißt das, wohin fährt das kleine Auto? Da haben wir nämlich tatsächlich haptisch ein kleines Auto, das fährt hier durch eine Spurrille. Und man kann es immer stoppen lassen. Was siehst du hier? Und dann kann man also das Kind was beschreiben lassen. Das heißt, es ist pure Interaktion. Dann verschwindet es hier im Loch, kommt auf der anderen Seite wieder raus und kann hier weiterfahren. Also die Kinder lieben das Buch und man kann hier wunderbar immer Halt machen. Das heißt, diese Pausen, von denen wir besprochen haben, die sind hier praktisch mit eingebaut. Und ich bin natürlich auch auf jeder Seite in einer neuen Landschaft. Genau. In der Stadt, auf dem Land, auf dem Spielplatz, an der Baugrube, in den Bergen. Im Wald. Man lernt verschiedene Themenfelder und Lebensräume kennen. Wunderschön. Schön. Super. Gut. Und jetzt komme ich auf das vierte Buch, was zum Materialpaket gehört. Das ist Zilli und Zingaro. Das ist ja eine ganz bekannte Kinderbuchfigur, die Kinder total lieben, weil das einfach mal ein bisschen eine ungewöhnliche Zauberin ist mit ihrem Kater. Zilli ist, würde ich mal sagen, so eine moderne, ziemlich verrückte Zauberin. Total schräge Zauberin. Leicht anarchisch. Ja, so ein bisschen. Und in diesem Buch sind drei Zilli- und Zirango-Geschichten zusammen. Also hat man drei auf einen Schlag. Besonders toll finden wir beide die, wo sie endlich Ferien machen will und sich mit ihrem Kater zusammen auf eine Insel beamt und dort alles Mögliche versucht. Sie wollen zusammen tauchen gehen, aber ein Kater und Wasser, das weiß man ja, die sind eher Spinnefeind und mögen sich nicht. Und dann verwandelt Zilli einfach ruckzuck den Zingaro in den Katzenfisch. Super toll. Und als Katzenfisch springt er ins Wasser und unter Wasser passieren die tollsten Sachen. Kommt ja noch. Musst mal hier gucken. Wenn man Zilli sieht in ihrem Bade-Dress, wie die Venus aus dem Meer entsteigt. Und die Telly. Ja, und guck mal hier, die hübschen Baden. Also ich finde, das ist genial auch für Erwachsene. Also auch Erwachsene haben hier definitiv was zu lachen. Und das ist ein Klassiker-Team, Zilli und Zingaro. Und es gibt ganz viele Bücher von ihnen. Ja, und das Tolle ist, auf diesen Bildern sind einfach so viele Sachen drin. Und drei Geschichten in einem Band, was wir auch besonders toll finden. Genau. Ich glaube, wir müssen uns schon ganz schön beeilen, um unsere U-Brennungen durchzubringen. Und zwar mache ich das jetzt einfach mal, dass ich die so da hinlege, wie sie jetzt hier auch angeboten werden. Das heißt, ich fange mal an damit, dass man eigentlich für alle Probleme der Altersgruppe, für alle Fragen, die Kinder häufig stellen, ein passendes Buch da haben sollte. Und glücklicherweise gibt es das ja in ganz vielen Bilderbüchern, die richten sich ja danach, was Kinder in dem Alter interessant finden. In Du nicht geht es also um neue Freunde. Wir haben also hier drei Pinguine und einen Seehund. Und erst spielen sie sehr schön zusammen und dann fällt ihnen auf, der hat ja gar keinen Schnabel. Und dann darf er nicht mehr mitspielen und wird ausgegrenzt und ist total traurig. Und natürlich, wie alle Bilderbücher, geht es gut aus und sie werden nachher gute Freunde. Das da ist auch ein absoluter Favorit von mir. Es geht um einen putzwütigen Dachs. Also der Dachs räumt immer den Wald auf. Der räumt auf. Ja, es ist gereimt. Man kann es ganz wunderbar vorlesen. Er wischt jedes Zweiklein vom Boden wie Stau, polierte die Steine und saugte das Laub. Und wenn ein Blatt herunterfiel, und das sind relativ viele. Ja, da fallen natürlich viele, gerade jetzt im April zum Beispiel. Las er es auf, samt dem Stiel. Nachher übertreibt das ein bisschen, betoniert den Waldboden und merkt dann, so gut war das nicht. Weil es gibt keinen, es wächst nicht. Zu viel aufräumen ist dann irgendwie doch nichts. Er baggert dann mit den anderen Tieren alles wieder auf, alles scheint wieder gut und am Ende fängt er wieder an mit dem Staubsauger. Ja, es ist halt wie im echten Leben. Ja, sehr süß. Sehr süß. Dieses Buch habt ihr schon vom Wolf gehört, geht der wichtigen Frage auf den Grund, warum der Wolf in Geschichten immer böse ist. Ja, das wollte ich auch schon immer wissen. Wolltest du schon immer wissen. Er war nämlich gar nicht immer böse, sondern es war eine ganz harmlose, liebe Wölfin. Er sieht jetzt auch gar nicht bedrohlich aus. Er ist kein bisschen böse. Und er trifft auf ein kleines Lämmchen, das sich verlaufen hat und lächelt es freundlich an. Nur hat leider der Wolf ziemlich große, spitze Zähne. Und das Lämmchen denkt sich, oh Gott, und sieht zu, dass es wegkommt. Und dann fängt er an, also das Lämmchen fängt an, die Geschichte auszuschmücken. Ein böser Wolf hat mich angegriffen. Er hatte große, spitze Zähne und wollte mich beißen. Ein Lamm übertreibt immer ein bisschen. Steht dann immer ganz klein drunter. Es geht dann immer weiter von Tier zu Tier. Schweine übertreiben übrigens auch immer ein bisschen. Auch Gänse. Also alle neigen irgendwie dazu. Alle neigen dazu, das immer weiter auszuschmücken. Cool, oder? Und am Schluss kommt dann die Kunde von diesem Monster, was durch den Wald geht, übrigens auch zum Wolf. Und der Wolf selber erschreckt sich so fürchterlich, dass da dann das berühmte Wolfsgeheul entstand. Und ab da war er dann leider böse. Also ehrlich gesagt, alle anderen sind schuld, der Wolf nicht. Und der Wolf an sich ist er ja auch nicht böse. Er ist nicht böse. Bisschen harmloser, aber sehr schön auch für die Jahreszeit, ist ein Garten für alle mit einem besonders gärtnerfreudigen Bären, der also ein wunderschönes Gärtchen anlegt, hat auch alle passenden Geräte dazu. Leider hat er auch viele Gartenfreunde. Und die fressen dann nachts immer alles auf, was da so wächst. Und schließlich verbietet er das allen und macht einen Zaun drumherum und merkt dann aber, er hat jetzt zwar einen wunderschönen Garten, aber keine Freunde mehr. Aber er ist ganz alleine. Er ist ganz alleine. Und am Schluss öffnet er also den Garten für die anderen Tiere. Und alles ist gut. Es geht um Gärtnern, es geht um Freundschaft, es geht um Tiere und um Wald. Und man kann es wunderbar im Frühjahr freuen. Also Sie sehen, das sind vier wunderbare Bücher, die auch dann doch wieder auch eine Botschaft im guten Sinne irgendwie transportieren. Und auch was sind, wo man viel mit den Kindern in der Kita auch tatsächlich dann Themen aufgreifen kann, die vielleicht gerade eine Rolle spielen. Absolut, aber eben nicht und du lernst mir jetzt, du musst immer teilen und abgeben. Also das ist die falsche Methode, sondern eben mit einer schönen Geschichte. Ja, und dann hat Christine noch was mitgebracht. Mein Hobby. Ja, und zwar eine Erzählkiste, in die Sie ganz viele Dinge tun können, die in Geschichten eine Rolle spielen. Also das auch mein Bastelniveau, also ein Gespenst aus einem Kocklöffel mit einem Tempotaschentuch. Dann die ganzen Fingerpuppen, die ganzen Sachen aus Überraschungseiern, Muscheln, Schneckenhäuser, fantastisch aussehende Holzstücke. Was könnte das sein? Das heißt, ich begleite also Geschichten ganz oft mit Gegenständen, gerne auch mit magischen Gegenständen. Also ich weiß nicht, ob du wusstest, dass ich zaubern kann. Nein, das wusste ich nicht, dass du zaubern kannst. Ich habe jetzt leider auch, ich hätte es dir gezeigt, aber wir haben leider keine Zeit. Ah ja, okay. Also das war schade. Damit. Machen wir gleich. Machen wir dann gleich im Anschluss. Also Sie können hier ganz, ganz viele Sachen mit den Kindern mithilfe dieser Gegenstände erschaffen, Geschichten entstehen lassen und Geschichten auch magisch werden lassen durch die simple Zuhilfenahme von magisch aussehenden Gegenständen. Ja, man könnte ja auch die Kinder zum Beispiel bitten, dass jedes Kind mal einen Gegenstand von zu Hause vielleicht mitbringt. Einen Lieblingsgegenstand, das schon immer mal in einer Geschichte drin haben wollte. Und dann verbaut man ihn. Und dann wird das eingebaut. Genau, also die Muschel und dann erfinde ich spontan eine Geschichte, Mathilde, die weiße Muschel, lebte im Ozean und war so allein. Genau, dann geht es los. Und dann fängt man an. Kein Problem mit etwas Übungen. Also ich glaube, die Kita-Fachkräfte, die wir so kennen, sind sowieso auch sehr fantasiereiche Menschen und ich glaube, da ist den Ideen keine Schranke gesetzt. Absolut nicht. Aber man lernt zum Beispiel Dinge zu suchen und die Koordinaten anzugeben, wo man das findet. Und man lernt, Labyrinthe mit dem Finger nachzuverfolgen und den Ausgang zu suchen. Und viele Kinder, die zum Beispiel in der Geschichte nicht folgen können, beschäftigen sich sehr intensiv mit sowas. Also ein wunderschönes Buch. Und dann der Nachfolger von Bitte anstellen. Wieso geht es hier nicht weiter? Das ist das optimale Buch für kleine Fahrzeugfans. Es stellen sich ganz, ganz viele Fahrzeuge in einer langen Reihe an von 50 abwärts. Und man wird immer neugieriger. Wo könnten die anstehen? Was ist da passiert? Die Kinder benennen auch all die Fahrzeuge. Also das Prinzip ist wie bei Bitte anstellen, wo dann alle auf den Wal reiten. Genau, richtig. Und jetzt in der Mitte ist halt ein bisschen anders. Man überlegt, was macht hier der Kran? Und dann sieht man ganz in der Mitte, knack, 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 was ist denn das? Oh, ein Dinosaurier. Dann hat man den Dinosaurier und da stehen alle Fahrzeuge drauf. Also ich denke, Bücher mit so einer kleinen Überraschung in der Mitte kommen immer gut an. Und die Kinder werden es trotzdem immer wieder angucken. Ja, das war unsere Buchauswahl. Ja, und jetzt sind wir auch schon fast am Ende. Und das ist die Zeit, wo wir wieder Möglichkeit haben, Fragen zu beantworten. Und schauen mal, ja, da haben wir doch noch drei Stück. Wie kann man den Gruppenraum lesefreundlicher machen? Oh, das ist ein großes Kapitel. Ja, das geht ganz schnell. Aber Patches hast du, ne? Ganz einfacher Tipp mit einer Leseleine. Das heißt, Sie lassen die Kinder zum Beispiel im Anschluss an die Geschichte Bilder zur Geschichte malen, spannen eine Leine im Raum und hängen die Bilder der Kinder auf. Dadurch entsteht auch eine gewisse Nachhaltigkeit. Die Kinder denken jedes Mal, wenn sie da reinkommen, noch an die Geschichte. Und die wird dann in der nächsten Vorlesestunde von der neuen Leseleine ersetzt. Ja, und man kann einfach auch Bücher in den Raum mit reinnehmen. Also, dass in den Räumen in der Kita oder in dem, was vielleicht der Leseraum ist, natürlich da auch dann Bücher und andere Schätze zu finden sind, die mit dem Lesen zusammenhängen. Dann haben wir noch eine Frage. Würden Sie auch den Eltern ein dialogisches Lesen empfehlen? Ja, würde ich tun. Aber sagen wir mal, die Kinder gucken ja dann normalerweise mit rein, sehen auch viel mehr von der Geschichte. Die eigenen Kinder, denen von den Eltern schon regelmäßig vorgelesen wird, müssen auch nicht in dem Maße gefördert werden. Weil die kennen das ja schon, für die ist dieser Fördereffekt jeden Tag da. Also besonders wichtig ist es in der Kita für Gruppen. Aber Eltern sollten schon fragen, was ist denn das? Oder hast du sowas schon mal gesehen? Oder was fällt dir dazu ein? Oder was könnte der Bär noch machen? Und einfach mit dem Kind in den Dialog kommen. Das ist natürlich sowieso ganz, ganz wichtig. Auch Kummer wird gerne abends beim gemeinsamen Buchbetrachten besprechen. So, und die letzte Frage. Wie könnte man mit Vorschulkindern im Alter von 5 und 6 das Thema Bücher, Geschichten und Lesen behandeln? Beziehungsweise was für Projekte hierzu kann man durchführen? Man kann zum Beispiel eine schöne Buchausstellung machen. Das ist mit den allermeisten Bibliotheken möglich, dass man sich zum Beispiel eine Themenkiste ausleiht. Dass man sagt, ich möchte mal eine Themenkiste zusammengestellt haben zum Thema Tiere oder zum Thema Frühling. Man macht eine Buchausstellung auch für die Eltern. Man macht vielleicht dazu mit den Kindern ein kleines Projekt. Man pflanzt mit ihnen Blumen. Alles, was der Bär zum Beispiel in dem Bilderbuch macht, macht ein kleines Frühlingsprojekt. Das heißt, bitte auch bei solchen Projekten gerne mit der Bibliothek zusammenarbeiten. Man kann nicht all die schönen Bücher kaufen. Nein. Aber diese Kooperation ist auch die Basis für spätere Lesefreude. Kinder, die regelmäßig und früh in die Bibliothek geführt werden, lesen später dann auch gerne. Und in den Büchern, in den Geschichten stecken so viele Dinge drin. Wenn man sich das genau anschaut, kann man tatsächlich davon ableiten, auch selber Aktionen sich ausdenken. Ja, jetzt sind wir schon sozusagen am Ende der Fragenrunden. Hier ist unsere Liste. Die ganzen Bücher, die wir vorgestellt haben, haben wir in der Titelliste zusammengestellt. Die wird es als PDF auch online zum Download geben. Und alle, die Sie jetzt heute hier am Webinar teilgenommen haben, bekommen am Ende natürlich auch per E-Mail eine Teilnehmerbestätigung. Ja, und jetzt sind wir tatsächlich am Schluss. Sagen Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und hoffen, es hat Ihnen wieder Spaß gemacht. Und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Und wünschen Ihnen zauberhafte Vorleserstunden. Und viele magische Momente. Vielen Dank.